Hallo, ich bin im Disneyland Düsseldorf, ganz genau stehe ich im Emporium-Shop in der Main Street vom Disneyland Park und ich möchte euch mal ein Special Opfer zeigen, ein Angebot, eine Promotion, die aktuell hier im Shop zu finden ist. Und zwar sind es diese schönen leuchtenden Kissen, die aktuell um 30% reduziert sind, also das möchte ich euch gerne mal zeigen, da seht ihr es auch schon, das sind vier verschiedene, fangen wir mal hier unten an mit dem Einhorn, die haben alle gekostet 29,99 und jetzt gibt es 30% drauf. Ja, also schön am Leuchten hier, könnt ihr natürlich auch ausschalten, so dann haben wir hier den Alien, der Preis überall derselbe, 29,99. Ein schönes kleines Kissen, okay, ist natürlich ein bisschen hartballer, ein bisschen was drin ist, an Technik. Jetzt gehen wir mal weiter hier, da haben wir nämlich jetzt Marie, die leuchtet auch, sehr süß. Ja, und pur und das Schweinchen sehen wir, ob ich den auch leuchten kriege. Ja, natürlich, ah, seht mal her, ist das nicht süß? Also, das wäre der vierte im Grunde. Also, diese vier Kissen sind aktuell minus 30% in einem speziellen Angebot, in einer Promotion hier im Disneyland Paris. Jawohl, also, das hier aktuell im Forum-Shop unter anderem zu finden, auch in anderen Shops gibt es das auch. Müsst ihr mal ein bisschen schauen, in meinem Forum auf jeden Fall werdet ihr fündig. Ja, und von hier verabschiede ich mich jetzt. Tschüss, bis zum nächsten Mal, Leute, super. Ciao.